Essen und Trinken in Franken Essen und Trinken ist in Ober-, Unter- und Mittelfranken zu jeder Zeit ein Thema. Die fränkische Küche hat auch heute noch die Schwerpunkte Fleisch und Kartoffeln, wie die bekanntesten Spezialitäten Bratwürste und Schäufele mit Kartoffelklößen zeigen. Auch die Brotzeit nimmt einen hohen Stellenwert ein. Trotz einiger Überschneidungen unterscheidet sie sich von der Küche in Altbayern. Hintergrund Oberfranken hält drei kulinarische Rekorde. Auf die Einwohnerzahl bezogen, gibt es in Oberfranken auf 2.080 Einwohner eine Bäcker- oder Konditorei, auf 1.540 Einwohner eine Metzgerei und auf 5.511 Einwohner eine Brauerei. Mehr Informationen über den Genuss in Oberfranken findet man bei der Genussregion Oberfranken. Zu den bekanntesten Köchen in Franken dürften Alexander Herrmann mit seinem Posthotel in Wirsberg und Ingo Holland mit seinem alten Gewürzamt in Klingenberg am Main zählen. Bratwürste in manchen Gegenden Frankens unterscheidet man zwischen katholischen und evangelischen Bratwürsten. Erstere haben eine mittelgrobe bis feine Konsistenz, während die grobe, wie etwa die Coburger, aus evangelischen Gebieten stammt. Diese Unterscheidung lässt sich nicht überall anwenden, wie die sehr feine Bratwurst aus dem evangelischen Kulmbach zeigt. Die Coburger ist mit mindestens 31 cm die größte. Die grobe Fülle im Schweinedarm wird üblicherweise über dem offenen Kiefernzapfenfeuer geröstet. Das gibt das besondere Aroma. Sie außer mit Salz, Pfeffer, Muskat auch noch mit Zitronenziste gewürzt und traditionell mit rohem Ei gebunden. Sie ist auch die einzige, die einzeln gegessen wird. Alle anderen oberfränkischen Varianten genießt man paarweise oder mehr. Ebenso grob, aber kleiner liebt man die Bratwürsten im Feuchheimer Raum, mittelgrob in der Gegend von Bamberg, Lichtenfels und Kronach. Eine Spezialität in Kronach sind dickstrüpften, sie werden aufgeschnitten, enthäutet und gebacken, nicht gebraten. Feine Bratwürste, eher lang und dünn gibt es in den Gegenden um Hof, Bayreuth und Kulmbach. Die Hofer Bratwurst wird aus magerem Schweinefleisch und etwas Rindfleisch hergestellt. Sie wird unter Zugabe von Eis sehr fein gekuttert und dann etwa 50 Gramm Brät in einen Schweinedarm mit einem Durchmesser von 18 bis 22 mm abgefüllt. Sie wird meist paarweise verkauft und auch gegessen. Kulmbacher Bratwürste sind den Hofern im Aussehen sehr ähnlich, werden jedoch mit einem hohen Kalbfleischanteil herstellt. Sie werden am Bratwurststand im Bratwurststollen, einem länglichen Brötchen mit viel Anis, gereicht. Man bestellt entweder zwei im Halben oder drei im Ganzen. Die Pegnitzer Bierbratwurst enthält je nach Alkoholgehalt des Bieres 20% bis 25% Bier. Die Würzburger Bratwurst, auch Winzerbratwurst enthält einen Schuss fränkischen Weißwein. Am Bratwurststand erhält man sie in der Regel geknickt in einem Kipf, deshalb wird sie auch als geknickte bezeichnet. Die längsten Bratwürste gibt es in Sulzfeld am Main, der Ort ist bekannt für die Meterbratwurst. In fünf Gasthäusern wird sie heute angeboten, es gibt sie in der Ratsstube, im Michelskeller, zum Hirschen, zum Goldenen Löwen und im Gasthaus zum Stern. Überall schmeckt sie etwas anders, jeder bereitet sie nach eigenem Rezept zu, man müsste sich durchprobieren um die beste zu finden. Die Ansbacher Bratwurst wurde erstmals 1430 urkundlich erwähnt. Sie wird gerne gebraten mit Sauerkraut oder Kartoffelsalat gegessen. Merkmal der Wurst ist, dass das Bratwurstgeheck in einen Bändeldarm vom Schwein gefüllt wird und nicht, wie viele andere Bratwürste, in einen Schafsdarm. Außerdem sollte sie gute 200 Gramm auf die Waage bringen. Die Bratwurst wird geräuchert als Schlotengel bezeichnet. Katzbrot ist eine Scheibe Brot mit Bratwurstgeheck bestrichen. Die Altmühlfränkische Bratwurst im Süden Frankens ist die gröbste in ihrer Machart. Das besondere Erkennungsmerkmal ist der Bändel, OBI. Fleisch Früher gab es am Sonntag ein Stück Fleisch, heutzutage kann man den Sonntagsbraten an allen Wochentagen essen. Wer durch Franken reist merkt schnell die Liebe der Franken zu Fleischgerichten. Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Gerichten. Wer durch fränkische Gasthäuser streift, wird eine Vielzahl von Gerichten entdecken, die auch erwähnenswert wären. Schwein Rippler, Rippchen, werden im Ofen geschmort und mit Klößen und häufig auch mit Sauerkraut serviert. Oder auch in Unterfranken als Rippler mit Graut, einem Kassler-Rippchen ähnlich, mit Sauerkraut serviert. Haxen, Schweinshaxe Knöchler ist der Teil des Schweinebeins zwischen Knie- oder Ellenbogengelenk und den Fußwurzelgelenken. Haxen werden gegrillt mit Sauerkraut, gekocht mit Cremesauce, oder als Pfefferhaxen paniert mit Pfeffersauce serviert. Salzknöchler, Knöchle, oder Knöchli werden woanders Eisbein oder Surhaxe genannt. Wobei es sich nur um einen Teil, in Scheiben geschnitten, des Eisbeins handelt. Eine gepökelte Schweine vor der Haxe, wird so lange gekocht, bis sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen lässt. Serviert wird das Knöchler mit Sauerkraut und Klöß, oder Brot. Schwarzfleisch mit Bohnakern Schwarzfleisch, auch Rauchfleisch, ist gekochter und danach geräucherter Schinken- oder Schweinebauch. Das Fleisch wird häufig stundenlang gekocht und mit sauren Bohnen und Klößen serviert. Der schwarze Sauerbraten im Coburger Land wird mit schwarz geräuchertem Fleisch zubereitet und mit Klößen serviert. Oft wird geräucherter Schweinekamm, oder geräucherter Schweineschinken zur Zubereitung genommen. Bei der Bambergezwiebel wird eine große Zwiebel ausgehöhlt, gefüllt und dann in einer Biersauce geschmort. Es wird roher und geräucherter Schweinebauch durch den Wolf gedreht, bzw. Hackfleisch oder auch Bratwurstbrät als Füllung genommen, dann mit Brötchen und Eiern vermischt und in die Zwiebel gefüllt. Vor dem Servieren kommt noch eine knusprig gebratene Scheibespeck darauf und als Beilage gibt es Kartoffelstampf oder Sauerkraut. Die gefüllte Zwiebel ist auch außerhalb von Bamberg bekannt, z.B. als Kulmbacher Bierzwiebel im Kommunbräu. Krautwickel sind blanchierte Würsing- oder Weißkohlblätter, die dann mit Fleischmasse bestrichen und gewickelt werden. Es werden unterschiedliche Beilagen mit Soße dazu gereicht. Rind Der fränkische Sauerbraten ist im Gegensatz zum rheinischen Sauerbraten ohne Rosinen und auch nicht vom Pferd. Ein Sauerbraten ist geschmorter Braten, dessen Fleisch, durch mehrtägiges Marinieren in Essigwasser mit Gewürzen, vorbehandelt wird. Die Soße wird mit einem Soßenkuchen gebunden, der dem Sauerbraten seine eigene Note gibt. Als Beilage werden oft Klöße und Blaukraut gereicht. Rouladen sind dünne Fleischscheiben, meist vom Rind oder Kalb, die mit Senf bestrichen, gefüllt, zusammengerollt und geschmort werden. Typisch ist eine Füllung mit Speck, Gurken und Zwiebeln. Crenfleisch ist ein typisches Kirchweigericht. Es handelt sich um gekochtes Rindfleisch mit einer Meerrettichsoße, serviert mit Klößen. Rinderzunge mit Madeira-Soße und Klößen steht ab und zu auf Sonntagskarten. Sie wird auf auch mit Meerrettichsoße, ähnlich Crenfleisch angeboten. Geflügelenten oder Gänse stehen meist in der kalten Jahreszeit auf den Speisekarten. Oft wird die Brust serviert, aber auch die Schenkel oder halbierte wie auch gefiertelte Tiere kommen auf den Teller. Als Beilage sind Klöße und Blaukraut üblich. Gökala, Gigala, werden gegrillte oder gebratene Hühner genannt. Den Hahn nennt man Gockel. Meist werden halbe Tiere oder nur Teile serviert. Als Braten werden sie mit Eierbrühe und Klößen auf den Tisch gebracht. Schaf- und Ziegelambraten von heimischen Lämmern wird von der fränkischen Schweiz bis zur Rhön angeboten. In den Hasbergen und im Steigerwald ist der Boxbraten ein beliebtes Gericht zur Kerver, meist im Spätsommer und Herbst. Es wird dafür das Fleisch ausgewachsener Ziegenböcke verwendet, oder auch Bratenstücke von der Ziege. Entgegen der landläufigen Meinung, dass man das Fleisch ausgewachsener Tiere wegen des strengen Eigengeruchs und Geschmacks nicht mehr verwenden könne, ist der Ziegengeschmack bei diesem Gericht nicht so vordringlich. Das Fleisch wird, ähnlich Sauerbraten, vor der Zubereitung für mehrere Tage in einer Essigbeize eingelegt. Das gekochte Fleisch wird mit einer Blutsauce und Klößen gereicht. Wild während der Jagdsaison im Herbst stehen regelmäßig Gerichte vom Reh, Hirsch und Wildschwein auf den Speisekarten. Wildhasen und Wildgeflügel findet man seltener. Meist wird das Wild als Braten angeboten, seltener als kurz gebratenes. Ab und zu werden auch Bratwürste, Schinken oder Salami angeboten. Soßen für die Klöße ist es wichtig, dass immer genügend Soße auf dem Teller ist. Franken lieben semmige Soßen, die bei Sauerbraten und Wildgerichten mit Soßenlebkuchen abgebunden werden. Mehr Infos darüber gibt es bei der Lebkuchenmanufaktur Leupoldet. Kaufen kann man sie in Franken in fast jedem Supermarkt. Cremesauce besteht meist aus Meerrettich, Brühe und Sahne. Sie wird mit Semmelbrösel oder einer weißen Mehlschwitze gebunden. Der Schärfegrad variiert je nach Gasthaus. Serviert wird die Soße gerne zu gekochtem Rind, aber auch zu verschiedenen Teilen vom Schwein, bis hin zu gekochten Haxen, den sogenannten Crenhaxen. Am 4. August-Wochenende ist Zeltkerwe im Eckersdorfer Ortsteil Neusteglein, abgehalten vom örtlichen Burschenverein. Am Donnerstagmittag nach dem Bieranstich werden hunderte von Portionen Crenfleisch und Klöße vertilgt. Eierbrühe ist beliebt für Hühner und gefüllte Tauben. Eier werden mit etwas Milch verquirlt und in die heiße Bratensauce gegossen, sodass das Ei sofort abbindet. Die Brühe wird weiter gerührt, dass sich das Ei feinfaserig zerteilt und die Brühe eine sämmige Konsistenz hat. Klöße in Franken gibt es zum Braten Kartoffelklöße, Glies, Glies, Glus, Kniedli, nicht wie im Süden Bayern Semmelklöße. Weizen für helles Brot ist kaum gewachsen, meist wurde Gerste zum Braun angebaut. Aber die Kartoffel war anspruchslos und wuchs auch im Fichtelgebirge gut. So entstand in Franken, wie auch im nahegelegenen Thüringen eine Kartoffeltradition. Reist man durch Franken, so merkt man schnell, wie viele Varianten von Klößen zubereitet werden. Es gibt sie aus rohen oder gekochten Kartoffeln, oder aus einer Mischung von beidem. Mit wenig Kartoffelstärke Mehl spricht man von Halbseiden, mit mehr von seidenen Klößen. In manchen Gegenden werden halbseidene und seidene Klöße auch nach den Anteilen von rohen und gekochten Kartoffeln unterschieden, typisch fränkische Vielfalt eben. Heutzutage werden von der Industrie fertige Klosteige angeboten, in vielen Gasthäusern in Franken jedoch, werden die Klößen noch vollständig selbst zubereitet, man schmeckt den Unterschied. Eine Spezialität im Coburger Land sind die Coburger Klöße. Dies sind Kartoffelklöße, die zur Hälfte aus rohen, wie die Thüringer, und ausgekochten Kartoffeln, wie die fränkischen, hergestellt werden. Im Inneren werden sie mit gerösteten Brötchen oder Weißbrotwürfeln, Brötler, gefüllt. Coburger Kloßküche, gibt Klosteig zum Mitnehmen, wer ein Gefäß dabei hat, kann fertige Klöße mitnehmen. Man kann auch gleich dort Klöße mit Braten essen. An einem Wochenende Ende August ist Klößmarkt in Coburg. Alles dreht sich um den Coburger Kloß, auch Coburger Rutscher genannt. Es gibt zu den Klößen vielerlei Braten mit den entsprechenden Soßen. Ab und zu stehen auch Semmelklöße auf der Speisekarte. Sie unterscheiden sich von den bayerischen Semmelknödeln dadurch, dass sie wesentlich größer sind. Häufig werden sie im Geschirrtuch, Serviettenkloß, gekocht und zum Servieren in Scheiben geschnitten. Eingeschnittene Klöße, auch Eigschnittner, oder Röstklöße genannt, sind die übrig gebliebenen Klöße vom Vortag, die in Scheiben geschnitten angebraten werden. Das Gericht wird in vielen Kombinationen angeboten, zum Beispiel mit Schinken, Ei und Salat oder mit Bratenresten und Bratensauce. Häufig gibt es in den Wirtshäusern am Montag die restlichen Klöße vom Sonntag. Mehlklöße Mehlklöße sind eine Beilage, oder ein eigenes Gericht, das man hauptsächlich in Unterfranken findet, aber auch in den anderen Teilen gegessen wird. In der Rhön heißen sie Mahlklöße, in Bamberg werden sie Spogen genannt. Der Teig für die wird aus Mehl, Eiern und etwas Salz hergestellt, oft werden auch noch Grieß, oder gewürfelte Kartoffeln oder Semmeln in den Teig gegeben. Die Klöße werden in Salzwasser gekocht und meist danach in der Pfanne noch angebraten. Serviert werden frische Mehlklöße als Beilage zu Schweinebraten oder Rouladen, aber auch mit eingemachtem Obst wie Birnen als Süßspeise gegessen. Es ist auch verbreitet sie mit Gurkensalat als eigenständiges Gericht zu essen. Im Sommer werden sie gerne mit Kopfsalat serviert, im Winter mit Sauerkraut und einem Stückchen Fleisch dazu. Übriggebliebene Mehlklöße werden kleingeschnitten und angebraten, oft kommen auch noch Eier dazu. Diese Machart wird als Klößbrocken oder eingeschnittene Klöß bezeichnet. Es gibt viele Varianten Mehlklöße herzustellen und noch mehr um sie auf den Tisch zu bringen. Weitere Beilagen zum Braten werden häufig Blaukraut, Rotkohl, oder Sauerkraut als Beilage serviert. Wirsing durch den Wolf gedreht und mit Sahne verfeinert wird häufig zum Braten mit Klößen gereicht. Zu Lammgerichten und geräuchertem Fleisch gibt es auch Bohnengemüse oder Bohnensauer mit einer Essigernbrenne. Als Rübenkraut, saure Rüben, werden Herbstrüben bezeichnet, die ähnlich wie Sauerkraut durch Milchsäuregärung konserviert wurden. Brauerei Hennemann, hier gibt es Rübenkraut von Oktober bis zum Frühjahr. Bagas ist die fränkische Bezeichnung für Kartoffelpuffer. Gestopftarum sind eine Spezialität, die es nur in Wallenfels gibt. Nur im Winterhalbjahr gibt es die säuerliche Beilage zu Geflügel- oder Schweinefleischgerichten. Nach der Erntezeit werden im Oktober, November die Zutaten in Gerstenkorn große Teilchen zerhackt und anschließend schichtweise in ein Fasse gegeben, gesalzen und festgestampft, gestopft. Nach der mehrtägigen Gärzeit sind die gestopften Rum wie Sauerkraut vergoren und können weiterverarbeitet werden. Die Mischung besteht aus Ackerrüben, Wirsing, Weißkraut, gelben Rüben und Porree. In den Gasthäusern Egersmühle und Roseneck kann man die Rum bis etwa Ostern probieren. Es gibt auch die Möglichkeit, eine doppelte Portion mit nach Hause zu nehmen. Weitere Gerichte Eine Nachspeise gehört dazu, eine feste Regel gibt es hier nicht. Lakefleisch, auch Köhlerfleisch genannt, hat seinen Ursprung im Spessart. In früheren Zeiten haben Arbeiter bei Holzarbeiten im Wald ihr Lakefleisch in Zeitungspapier eingewickelt und in die Glut gelegt. Es handelt sich um Schweinefleisch, das für längere Zeit in Salzlake, daher der Name, konserviert wird. Das Fleisch wird dann mit Zwiebeln und Gewürzen in Alufolie eingewickelt und original in der Glut oder Moderna im Backofen gegart. Es gibt heute noch mehrere Metzgereien und Restaurants, die die langjährige Tradition des Lakefleisch aufrechterhalten. Der Unterschied zwischen Fleischspieß und Schaschlik sind meist die Zutaten. Beim Schaschlik ist meistens noch Leber dabei, seltener Niere. Wer keine Innereien mag sollte einfach vorher fragen. Der Blutz ist einen Mainfranken-Unterfranken, Mittelfranken und der Rhön verbreitetes salziges süßes Gebäck. Es ist ein Blechkuchen aus Roggenbrotteig oder ein Fladen aus einem anderen Teig mit unterschiedlichem Belag. Der Rhöner Blutz wird mit Adöpfelschmier, Kartoffelsauerrahmcreme und weiteren Zutaten belegt. Der Zwiebelblutz ähnelt dem elsässischen Flammkuchen. Er besteht aus einem Hefeteig mit einer Auflage aus gedünsteten Zwiebelringen, Speck und Schinken und wird mit einer Mischung aus Eiern und Sahne übergossen und dann im Backofen gebacken. Im Fränkisches Freilandmuseum in Fladungen werden mehrmals im Monat, meist Samstag, Blutz gebacken. Schlachtschüssel Unterschiedliche gekochte Teile des Schweins werden als Schöpf, Schöpf, Spund oder Schlachtschüssel bezeichnet. Dazu gehören Bauchfleisch, Kopffleisch, Niere, Herz und Leber, seltener Zunge oder Schweinskopf. Serviert werden die verschiedenen Stücke mit Sauerkraut, dazu Brot oder Kartoffeln. Wellfleisch ist gekochtes, ungepökeltes Bauchfleisch vom Schwein. Es wird gerne mit Sauerkraut und Kloß gegessen, aber auch warm oder kalt mit Creme und Brot. Fränkische Siedwüste gibt es rot als Blut und weiß als Leberwüste. Sie werden warm mit Sauerkraut und Brot, Kartoffeln oder Bratkartoffeln serviert oder sind Teil der Schlachtschüssel. Früher wurde wegen der Kühlung fast ausschließlich in der kalten Jahreszeit geschlachtet, und auch heute stehen die Gerichten nur vom Herbst bis zu Frühjahr auf den Speisekarten. Das Zwerchfüll wird in der Küche als Kronfleisch bezeichnet. Das grobfaserige, trockene Muskelfleisch meist vom Rind wird im Fichtelgebirge gerne mit Brot, Kräuterbutter und Meerrettich gegessen. Unter der Bezeichnung Hesselfleisch oder Schöpf findet man Kronfleisch auch in anderen oberfränkischen Regionen im Rahmen der Schlachtschüssel. Wirte in den Ortschaften Arzberg, Tierstein, Tiersheim, Hohenberg, Höchstädt und Schierending haben sich zusammengeschlossen und bieten regelmäßig Kronfleisch-Mahlzeiten an. In der Bamberge-Gegend wird die Wurstsuppe, vom frisch geschlachteten Schwein, als eine Art Blutsuppe als Stechbrühe bezeichnet. Sie wird an Tagen, an denen die Schlachtschüssel angeboten wird, mit Klößen serviert. Die Schweinfurter Schlachtschüssel ist Brauchtum in Schweinfurt und Umgebung. Das Außergewöhnliche an der Schweinfurter Schlachtschüssel ist, das nicht wie üblich von Tellern, sondern von langen Holzbrettern direkt auf dem Tisch gegessen wird. Sie findet sich auf keiner Speisekarte, sondern muss vorbestellt werden. Eine Mindestanzahl von Essern ist notwendig. Der Ablauf erfolgt oft nach überlieferten Ritualen. Es werden verschiedene Teile des Schweins gekocht als Kesselfleisch in sieben Gängen serviert. Die übliche Reihenfolge ist, Bauchfleisch minus Stich, Bug, Kamm minus Kopffleisch mit Zunge, Ohr und Rüssel minus Herz und andere Innereien minus Nieren. Die Fleischstücke werden direkt in der Mitte des Tisches serviert. Kalb gewordene Teile und Reste werden einfach in der Mitte des Tisches zurückgelegt und nach jedem Gang vom Tisch entfernt. Zum Fleisch wird nur Sauerkraut, Salz, Pfeffer, Kreme und Bauernbrot gegessen und dazu Frankenwein getrunken. Gasthaus 4 Jahreszeiten in Schonungen Von Oktober bis März gibt es die Spezialität Original Schweinfurter Schlachtschüssel vom Brett. Zu den festen Terminen sollte man sich frühzeitig anmelden, da sie schnell ausgebucht sind. Gerichte mit Blut gebackenes Blut, auch schwarz genannt, ist vor allem im Hoferland ein noch immer beliebtes, traditionelles Gericht. Ähnlich wie bei Blutwurst oder Bressack gibt man in das aufgefangene Blut des Schlachttieres gewürfelten Speck, Zwiebeln und altbackene Brötchen, würzt mit Majoran und Salz und lässt das Ganze backen. Traditionell isst man als Beilagen Sauerkraut und Kartoffeln oder auch Stampf, Kartoffelbrei. Im Hoferland, Frankenwald und Fichtelgebirge wird dieses Gericht noch von einigen Gasthäusern an speziellen Tagen angeboten. Es gibt auch noch Metzgereien, die ihre Kunden auf die Termine hinweisen, an denen es gebackenes Blut zu kaufen gibt. Im Gasthaus zu Hulda in Berg gibt es noch regelmäßig gebackenes Blut. Zur Kirchweih wird in manchen Wirtshäusern noch Entenjung mit Blutsauce zubereitet. Um den 11. November herum gibt es oft ganz jung, Gänse schwarz, in den Gasthäusern, da werden Teile der Martinsgänse verarbeitet. Es besteht meist aus Herz, Magen, Flügeln, Hals, Kopf und Füßen einer Gans, oder Ente, dann ist es Entenjung, die erst gekocht werden und dann mit einer sämigen Blutsauce und Klößen serviert werden. Blutwürste Rote fränkische Siedwürste sind weiche Blutwürste, siehe Schlachtschüssel. Sie werden warm mit Sauerkraut und Brot, Kartoffeln oder Bratkartoffeln serviert oder als Teil der Schlachtschüssel gereicht. In manchen Metzgereien bekommt man auch geräucherte Siedwürste, die zur Brotzeit gegessen werden. Griefenwurst ist eine Blutwurst aus Unterfranken, die zum Beispiel mit saurem Kartoffelgemüse serviert wird, oder in der Dose verkauft. Fränkische Speckwurst ist eine Kochwurst aus Schweineblut, Speck, Schwarte und Gewürzen. Die Grundmasse wird in Kranzdämmel abgefüllt und kalt geräuchert. Sie wird oft im Ring verkauft, ist haltbar und eignet sich als Souvenir. Innereien Saure Innereien werden mit Essig oder auch mit einer Weinsauce gekocht und dann mit einer dunklen Mehlschwitze abgebunden. Die Innereien müssen lange vorgekocht werden, um einen weichen Biss zu erreichen. Als Beilage werden oft Klöße oder Kartoffelstampf gereicht. In der Brauerei greifen Klau, in Bamberg stehen regelmäßig Innereien auf der Speisekarte. Kschling ist eine kulinarische Köstlichkeit in Oberfranken und der Nahen Oberpfalz. Lunge, Herz, Nieren und Rinderzunge werden in einer Mehlschwitze eingekocht. Dazu wird meist ein Brötchen oder Brot gereicht. Vegetarisch Vegetarier und Veganer haben es bei der traditionellen fränkischen Küche nicht leicht. Jedoch finden sich heute fast auf jeder Speisekarte vegetarische Gerichte. Vegane Gerichte sind noch selten. Wer kein Vegetarier isst, sondern nur kein Fleisch isst, kann Kloß mit Soße bestellen, wenn er sie tolerieren kann, dass die Soße mit Fleisch zubereitet wurde. Pfifferlinge oder auch andere Pilze mit einer Sahnesoße stehen während der Pilz-Saisons häufig auf den Speisekarten. Meist ist dieser Gericht für Vegetarier geeignet, man sollte jedoch vor der Bestellung fragen, ob die Soße nicht mit Speck gemacht wurde. Kartoffelpuffer werden in Frankenbaggers genannt. Oft werden sie als süßes Hauptgericht, oder auch als Nachspeise, mit Apfelmus serviert. Man findet aber auch pikante Versionen mit Räucherlachs und weitere Varianten auf den Speisekarten. Üblicherweise werden Kartoffelpuffer aus rohen, geriebenen Kartoffeln mit Meer und Ei gemacht. In Franken wird auch Klosteig verwendet, der mit Eiern und Milch verrührt wird. Suppensuppen sind als Vorspeisen sehr beliebt, aber auch als Hauptgericht. Häufig gibt es auf der Speisekarte eine Tagessuppe. Fragen Sie einfach die Bedienung, um welche Suppe es sich handelt, sie gibt gerne Auskunft. Leberknödelsuppe findet man sehr häufig. Leber vom Rind wird durch den Fleischwolf gedreht, die Farce mit Semmeln und Ei gebunden, dann zu Klößen geformt und in Brühe gegart. Brotsuppe war früher ein Rest zu essen, um das alte, harte Brot noch zu verwenden. Dieses einfache Gericht ist mit einer guten Brühe und frischem Schnittlauch sehr schmackhaft. Eine Hochzeitsuppe ist eine Brühe mit verschiedenen Einlagen. Beliebte Einlagen sind eine Kombination von Leberklößen, Eierstich, Grießklößen, verschiedene Gemüsen und noch mehr. Jedes Gasthaus hat sein eigenes Rezept. Schwimmerle, auch Schwimmerli, sind eine Suppeneinlage aus Unterfranken, die gerne in Rinderkraftbrühe oder in der fränkischen Hochzeitsuppe serviert werden. Es handelt sich um frittierte Brandteigbällchen, verwandt mit den Backerbsen, jedoch größer. Der Unterschied zu den Backerbsen ist, dass auf Stärkemehl verzichtet und Milch statt Sahne verwendet wird. Das Ausbacken erfolgt ausschließlich in Öl und nicht in Butterschmalz. In der Herzbrucker Schweiz gibt es zur Kirchweih eine kulinarische Besonderheit, die Vogelsuppe. Sie wird traditionell am Donnerstag vor einer Kirchweih serviert. Bei der Suppe werden jedoch keine Vögel verarbeitet, sie stammt ursprünglich vom Gasthausvogel in Pummelsbrunn. Die Suppen besteht aus Herz-, Nieren- und Rindfleisch in Streifen, mit Zwiebeln gebraten und mit Saurasauce und Klößen serviert. Wobei jeder Gastwirt sein ganz eigenes Rezept hat. Metzelsuppe ist die Wurstbrühe, die bei der Herstellung von Koch- und Brühwürsten im Kessel anfällt. Die Brühe ist der Grundstock für eine Vielzahl an Suppenvarianten. Als Einlagen werden Wellfleisch, Blutwürst und Leberwürst, Brotwürfel, Teigdrösel, Reis oder verschiedene Gemüse beigegeben. Alles passt in die Suppe, man lässt sich überraschen was man bekommt. Saison ist die kalte Jahreszeit mit den Schlachtfesten. Schnitt sind ein Gemüse-Eintopf aus dem Osten Oberfrankens, aus den Regionen Hof und Bayreuth. In der Art und Herstellung sind sie dem Pichelsteiner Eintopf sehr ähnlich. Wurst und Fleischwaren Die Hoferindfleischwurst aus Hof ist eine über Buchenholz kalt geräucherte, rote Streichwurst. Sie ist als regionaltypisches Produkt mit geschützter geografischer Ursprungsbezeichnung eine europaweit geschützte Spezialität. Stockwurst wird nur von den noch von Metzgern in Kirchenlamitz im Sechsämterland hergestellt wird. Die Rezeptur ist wenige Kilometer außerhalb völlig unbekannt. Stockwurst besteht aus dem Brät von Rind- und Schweinefleisch. In Schweinedärmer abgefüllt wird sie nur gebrüht, nicht wie andere Würste auch geräuchert. Die Würste werden frisch verzehrt. Nur erwärmt wie eine Weißwurst werden sie mit Brot oder Semmel gegessen. Bayerischer Leberkäse enthält keine Leber, obwohl der Name darauf schließen lässt. Hofer Leberkäse wird dagegen grundsätzlich mit frischer Leber hergestellt. Es gibt in der Region auch den ohne Leber, der wird dann als Fleischkäse bezeichnet. Das Leberkäsebrät wird auch gerne mit verschiedenen Zutaten verfeinert. Daraus entstehen unterschiedliche Sorten beispielsweise mit Zwiebeln, Pilzen, Schinken oder der Pizza Leberkäse. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Leberkäse wird kalt und warm gegessen, häufig an der heißen Theke beim Metzger. Er wird gerne auf einem Brötchen gegessen, aber auch angebraten mit Sauerkraut, Kartoffelsalat oder einem Spiegelei, auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Der Ostheimer Leberkäse aus Ostheim vor der Rhön ist kein Leberkäse im üblichen Sinn, sondern eine gebackene Fleischterrine. Ein Metzger brachte die Idee aus Frankreich mit. Muskel- und Bauchfleisch, Schweinebacken und Schweineleber werden gewolft und gewürzt. Das fertige Brät wird vor dem Backen mit einem Schweinenetz umhüllt, um eine Kruste mit Röstaromen zu erzeugen. Die fränkische Hirnwurst enthält kein Hirn, der Name wurde von Hirnwurst abgewandelt. Es handelt sich um eine geräucherte Kochwurst aus mageren Schweinefleisch, die mit Brot und Gurke zur Brotzeit gegessen wird. Krautwurst besteht aus Schweinefleisch, dem etwa eine Drittel Sauerkraut oder gekochtes Weißkraut beigemischt werden. Sie werden frisch oder geräuchert gegessen, in der Krautsaisons von Oktober bis März bekommt man sie in Metzgereien und Gasthäusern in der fränkischen Schweiz und im Steigerwald. Hausmacherstadtwurst ist eine Art grobe Fleischwurst. Es gibt sie rot, weiß und schwarz geräuchert. Man isst sie üblicherweise kalt, oder warm, rote und weiße, nicht die schwarze, zusammen mit Sauerkraut und oder Kartoffelstampf. Für Coburger Kernschinken werden Stücke aus dem Schweinehinterschinken aus Ober- und Unterschale geschnitten. Der Schinken wird trocken eingesalzen und mit Gewürzen vier Wochen eingelegt. Danach kommt er in eine mildere Pökellage. Anschließend reift er etwa drei Wochen, um dann in einer Schinkenpresse in eine Vierkantform gebracht zu werden. Danach wird er 14 Tage kalt geräuchert, um dann nochmals zu reifen. Der Gesamtgewichtsverlust beträgt etwa 40%. Coburger Rohwürste Rohwürste bestehen aus rohen Fleisch, Speck, Salz, Zucker und Gewürzen. Die Würste werden durch einen Reifungs- und Trocknungsprozess haltbar gemacht. Dadurch entsteht das charakteristische Aussehen und der eigene Geschmack. Sie werden nicht gebrüht oder gekocht zur Haltbarmachung. Die Ochsenfurter Peitsche aus Ochsenfurt ist eine landgedünne Dauerwurst. Sie wird aus Schweinefleisch hergestellt und im Naturdarm bis zu vier Wochen Luft getrocknet. Brotzeiten Beilage zur Brotzeit ist Brot, am besten selbst gebacken. Auf Speisekarten wird man häufig lesen, mit Musik. Damit ist eine Marinade aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Zwiebel gemeint. Nein, es gibt nichts zu hören. Es wird Wurst, häufig statt, Fleischwurst, Bressack, oder Käse mit der Marinade angerichtet. Woher diese eigenartige Bezeichnung stammt, ist nicht überliefert. Zwetschgen-Bammes ist eine Spezialität der fränkischen Schweiz im Raum Bamberg. Es wird aus der mageren Rinderkeule trockengesalzen hergestellt und entfaltet nach einer Reifezeit von mindestens drei Monaten sein volles Aroma. Danach räuchert man es über Zwetschgenspinnen bei niedrigen Temperaturen ein bis zwei Wochen. Zur Brotzeit wird es fein aufgeschnitten, mit Butter, Brot und Gurke serviert. Als geräuchertes oder Schwarzfleisch wird der geräucherte Schinken vom Schwein bezeichnet. Er wird meist in dünne Scheiben geschnitten mit Essiggurke serviert. Aus Gströpfter, auch Bratwurstbrät, Bratwurstmet, Gströpfter, sind rohe Bratwürste, die aus dem Darm gedrückt und mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer angemacht wurden. Sie werden gerne als Brotaufstrich gegessen. Sülze gibt es als Tellersülze in einem tiefen Teller als eigene Portion oder in Scheiben oder Stücken auf einem flachen Teller angerichtet. Es werden entweder Brot oder Bratkartoffeln dazu gereicht und häufig Essig als Soße beigestellt. Wurstsalat besteht aus kleingeschnittener Wurst, meist Brühwurst wie Leona oder Stadtwurst. Der Salat wird mit Essig, Öl und Zwiebeln sauer angemacht. Es gibt viele Varianten, wenn zusätzlich Käsesstreifen beigemischt sind, steht er als Schweizer Wurstsalat auf der Karte. Nürnberger Guerch ist ein Wurstsalat im Großraum Nürnberg. Es gibt kein einheitliches Rezept. Basis ist der Ochsenmaulsalat, die weiteren Zutaten variieren und sind häufig weißer und roter Presssack. Stadtwurst und so weiter serviert wird mit einer Essigölmarinade und Brot. Käse Es handelt sich um kleine, flache, fettarme, eiweißreiche Sauermilchkäse, ähnlich dem bekannteren Harzer Käse. Sie werden von direktvermagtern, Gasthäusern Co. selbst hergestellt. Gewürzt mit Salz, Pfeffer und Kümmel werden sie gerne mit Brot und Butter als Brotzeit gegessen. Im Landgasthof Grüner Wald, in Zell im Fichtelgebirge stehen regelmäßig Bauernkäselei auf der Speisekarte. Bei Zibeléskäse oder auch weißer Käse handelt es sich um angemachten Quark, meist mit kleingeschnittenen Zwiebeln serviert. Kochkäse ist ein Schmelzkäse aus mager Quark und Natron. Er wird erwärmt bis der Quark flüssig wird, Butter, Ei, Salz und Kümmel untergerührt und erkalten lassen. Als Backstarkäse wird Limburger oder Romandur bezeichnet, weil die Form des Käses einem Backstein ähnelt. Der Gerupfte besteht aus zerrupften Kamembert und Limburger Romandur, außerdem Butter, Paprikapulver und Salz. Mögliche weitere Zutaten sind Kümmel, Zwiebel, Kräuter, Gewürze, Sahne, Milch oder Bier. Die Zutaten werden zu einer streichfähigen Masse verarbeitet. Dazu werden Brot oder Brezen gegessen. Das bayerische Gegenstück dazu ist ein Oberstar. Weiteres Anisbrezen sind ein typisch oberfränkisches Gebäck aus Weizenmehl, Kümmel, Anis und Salz, das außerhalb der Region nahezu unbekannt ist. Es gibt sie traditionell nur im Winter. In den Gemeinden Weidenberg, Bad Berneck und Kreußen gibt es noch die besondere Tradition der Brezenwoche. In der Zeit von Dreikönig bis etwa Aschermittwoch wechseln sich die Wirte der einzelnen Orte jeweils für eine Woche mit einer besonderen Speisekarte ab und es steht immer ein Körbchen mit Brezen auf dem Tisch. Die Einheimische gehen auf die Brezen, um sich vor der Fastenzeit mit deftigem Essen wie Schlachtschüssel, Blut- und Leberwürsten, Crenfleisch oder Tellersülze zu stärken. Imbiss Wie in jeder anderen deutschen Stadt gibt es natürlich auch in fränkischen Städten Pizza und Döner zum Mitnehmen. Ebenso wie in anderen Teilen Süddeutschlands ist auch in Franken die Leberkässemmel, unterfränkisch, LKW gleich Leberkäswegler, sehr beliebt, am besten frisch vom Metzger. In fast jeder Fußgängerzone findet man einen fest aufgebauten Bratwurststand, wo die Bratwürste gegrillt werden. Man muss jedoch wissen, wo man sich in Franken befindet. In Nürnberg bestellt man am besten, drei, Bratwürste, im Wegler, weiter nördlich in der Bayreuther oder Kulmbacher Gegend bestellt man, ein paar Bratwürste und noch weiter im Norden in Coburg ist es am besten nur eine Bratwurst zu bestellen. In Hof geht man zum Verstlamo, Wikipedia, der in der Hofer Fußgängerzone stehend in seinem Messingwurstkessel mit Holzkohlefeuerung Wienerla, Wiener Würstchen, Weißer, Weißwürste, Gnager, Knackwürste, und Bauern, der Britschiner, warm hält und sie dann an seine Kunden mit einem Labla, Brötchen, und Senft, Senf, verkauft. Fränkischer Karpfen Im Landgasthof Schrüfer in Pinsberg finden sich auf der Speisekarte vier Karpfengerichte, darunter auch Karpfensauer mit Lebkuchensauce und Kloß. Im Weberskeller in Höchstadt an der Aisch ist der Aischgründerkarpfen ist das ganze Jahr und in über 30 Zubereitungsarten erhältlich. Die Aischgründerkarpfenschmeckerwochen finden jedes Jahr im September und Oktober statt. In diesen Wochen werden von den teilnehmenden Gasthäusern besondere kulinarische Zubereitungsarten für die Mähfischli eine Spezialität aus Mainfranken. Es handelt sich um kleine frittierte Fische aus dem Main. Die Fischchen werden wegen ihrer Größe unausgenommen, manchmal wird der Kopf abgeschnitten, in Mehl gewälzt und frittiert. Es gibt sie ohne Beilagen oder mit gemischtem Salat und Remolade. Dazu trinkt man einen lokalen Frankenwein. Hier stehen Mähfischli regelmäßig auf der Speisekarte. Fischer Bärbel Restaurant und Café, nicht im Sommer. Café Restaurant Sonnenschein Forellen Sie werden häufig mehliert als Forellemüllerin oder im Essigsud gegart als Forelleblau mit Salzkartoffeln, geschmolzener Butter und Sahne Meerrettich angeboten. Eine weitere Variante ist die geräucherte Forelle, die lauwarm mit Meerrettich und Brot gegessen wird. In der Kleinremühle in Magdloigast gibt es deftige Brotzeiten und frisch geräucherte Forellen aus eigener Fischzucht, auch zum Mitnehmen. Stockfisch im Winter und Frühjahr und an besonderen Tagen wie den Karfreitag oder den Aschermittwoch findet man ab und zu noch Stockfisch auf Speisekarten. Im Schwarzes Rossin Presse kauft der Wirt im September 150 Kilogramm Stockfisch. Ab dem zweiten Sonntag nach Michaelis, 29. September, gibt es dann bis Aschermittwoch, wenn die gekaufte Menge so lange reicht, den Stockfisch mit einer Zwiebelspecksalne-Soße mit Klößen. Im Dorfwirtzhaus Hildner in Wallenfels gibt es von Januar bis April Stockfisch. In der Hagelette in Kulmbach gibt es ein Karfreitag, Buß- und Betag- und Aschermittwoch-Stockfisch nach Altkulmbacher Art. Der Stockfisch wird in kleinen Stücken mit Zwiebeln und gerösteten Brötchenscheiben in der Pfande angebraten. Als Beilage gibt es, separat serviert, ein Erbsenmus. Süßes Karthäuser Klöße, Kartheis erlasen in heißer Milch angeweichte Brötchen, die in Zuckerbröse gedreht, im heißen Fett ausgebacken und anschließend mit warmer Vanillesoße serviert werden. Süßholz ist eine Pflanze aus der unter anderem Lakritz hergestellt wird. Seit dem Mittelalter wurde in Bamberg Süßholz angebaut. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Anbau dann fast ganz eingestellt. Seit 2010 wird es, einmalig in Deutschland, wieder angebaut. Der Heimatverein von Lichtenau das Rezept für ein historisches Weihnachtsgebäck, den Lichtenauer Zucker, wiederentdeckt. Figuren aus rötlichem Zuckerteig, werden mit Zuckerguss bemalt und mit oblaten Bildchen beklebt. Dieses Gebäck im Ansbacher Raum bis in die Nachkriegszeit bekannt und gerät dann in Vergessenheit. Auf dem Lichtenauer Adventsmarkt kann man das Gebäck kaufen. Ob man daran knabbert, oder es zur Dekoration benutzt, muss jeder selbst entscheiden. Das Konditoreimuseum in Kitzingen zeigt die Hinterlassenschaft eines alten Handwerksbetriebes mit umfangreichen Beständen an Holzmodel, Formen aller Art und sonstigem Handwerksgerät, in den historischen ehemaligen Wohnräumen. Außerdem gibt es ein Kaffee im Kaffeehausstil. Schmalzgebäck Küchler, je nach Gegend, Form oder eventuell Füllung Kichler, Kniekichler, Kiekler, Küchler, Auszugende, Krapfen, Kirchweihkrapfen, Streubele, Streubler, und so weiter genannt. Es handelt sich um ein Schmalzgebäck, einen Hefeteig, der im Siedendenfett ausgebacken wird. Sie werden zur Kirchweih, zum Fasching oder zu besonderen Anlässen wie Taufe, Konfirmation oder Hochzeit gebacken. Hutkrapfen, sind eine Form der ausgezogenen Küchle, die die Form eines Hutes oder auch einer Haube haben. Sie werden über einen Krapfenstock, einen gedrechselter Holzkopf, ausgezogen. Im Bambergeland sind sie seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Man unterscheidet große, katholische und kleinere, evangelische Hutkrapfen. Dürre Küchler, Flecken, im Steigerwald werden sie geschnittene Hasen genannt, im Obermaintal und Coburger Land Haarische, es gibt sehr viele Namen. Der Hefeteig wird dünn ausgerollt und dann in Streifen geschnitten. Die Streifen werden in der Mitte eingeschnitten und dann das eine Ende durchgezogen. Der Knoten wird dann in Schmalz ausgebacken und vor dem Verzehr mit Budazucker bestreut. Schneeballen sind ein Schmalzgebäck aus Rotenburg ob der Tauber, das mit einer speziellen Zange geformt wird. In der Originalversion waren sie nur mit Budazucker bestreut, mittlerweile sind sie in diversen anderen Formen erhältlich. In Kronach gibt es die Blöchler, ein innenhohles Schmalzgebäck, das röhrenförmig mit einem besonderen Eisen hergestellt wird. Die Blöcher werden einfach nur mit Budazucker bestreut, hauptsächlich zur Kerver-Saison gegessen. Urredler oder auch breite Küchler werden aus feinausgehe Rolltenteig gemacht. Sie werden in runder, gekräuselter Form in Schmalz ausgebacken. Es handelt sich um ein Festtagsgebäck in der fränkischen Schweiz und im Landkreis Feuchheim. Lebkuchen Nürnberger Lebkuchen sind ein schönes Mitbringsel von den fränkischen Weihnachtsmärkten, speziell auch vom Nürnberger Weihnachtsmarkt. Nürnberger Lebkuchen ist als Herkunftsbezeichnung gesetzlich geschützt. Die Hersteller müssen innerhalb der Stadtgrenzen Nürnbergs produzieren. Lebkuchen bestehen aus Haselnüssen, Walnüssen und Mandeln, Orangiat und Zitronat, Honig, Mehl, Zucker und Eiern, Marzipan und typischen Gewürzen wie Anis, Ingwer, Kardamom, Koriander, Muskatblüte, Nelken, Piment und Zimt. Die Elisen Lebkuchen sind speziell Nürnberger Lebkuchen mit besonders hochwertiger Zusammensetzung. Lebkuchenschmitt-Fabrikverkauf in Nürnberg Langwasser, die volle Lebkuchen-Produktpalette, auch 2.Wahl. In der Besucherheil kann man sich informieren. Außerhalb Nürnberg-Frank-Lebkuchen in Arzberg, hochwertige Elisen-Lebkuchen auf Oplaten. Die Fichtelgebirgspumpernickel sind länglich geformte Lebkuchen mit Zuckerüberzug. Sie sind in und um Marktrettwitz schon seit weit vor 1800 verbreitet. Coburger Schmätzchen sind Honigplätzchen mit rund 5 cm Durchmesser, mit Stücken von Zitronat, Orangiat und Ölsamen. Seit 1904 sind sie durch die Konditorei Feiler in Coburg als eingetragenes Warenzeichen geschützt. Sie werden hauptsächlich zur Weihnachtszeit gegessen. Weiteres Gebäck Das Kissinger-Hörnchen ist ein Butterplunder-Teig in Hörnchen vom Methaselnuss-Füllung. Es ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass man im 19. Jahrhundert während des Choraufenthaltes in Bad Kissingen morgens nicht im Hotel frühstückte, sondern beim ersten Spaziergang zu den Heilquellen etwas zu sich nahm. Als Bamberge-Hörnler wird ein Plundergebäck bezeichnet, das einem Croissant ähnlich ist. In Bamberg und in seiner Umgebung werden sie einfach Hörnler genannt und im restlichen Oberfranken als Bamberge bezeichnet. Das Original aus einem leichten Hefelteig mit Milch hergestellt, der über Nacht ruhen muss. Am nächsten Tag wird dann Butter in mehreren Schichten eingearbeitet. Der Butteranteil muss mindestens 20% vom Mehl betragen. Der gewickelte Teigrolling ist schlanker als das Croissant. Muskatzenen sind ein Gebäck, das es nur in Dettelbach gibt. Es wurde speziell für die Wallfahrer erfunden und ist mit Simt, Nelken und Muskat gewürzt. Kulmbacher Butterbrote haben nichts mit Brot und Butter zu tun. Nur das Aussehen erinnert daran, es handelt sich um flache, braune, dunkle Mürbeteigplätzchen mit weißem Zuckerguss. Sie schmecken nach Gewürzen und Schokolade. Fast vergessen, werden die Butterbrote in der Advents- und Weihnachtszeit in Kulmbach und Umgebung heute wieder gebacken. Man kann sie auch in einigen Bäckereien kaufen und sogar die Ausstechformen gibt es wieder. Kitzinger Keterle ist ein Salztrockengebäck als Begleiter zum Wein. Bäckerei Eichinger in Brixenstadt In Großenhüll einem Ortshall von Wonses findet Ende August das Blechkuchenfest statt. Am Sonntagnachmittag gibt es etwa 100 verschiedene Kuchen vom Blech. Getränkefranken lässt sich grob in Bier- und Weinfranken unterteilen. Im Westen, in Unterfranken, und in Teilen von Oberfranken wird mehr dem Wein zugesprochen. Im östlichen Teil von Oberfranken und in Mittelfranken wird dagegen mehr Bier getrunken. Wein Weitere Informationen zum Thema Wein gibt es im Artikel MeinFranken. Frankenweine werden meist trocken ausgebaut. Trockene Weine dürfen nur halb so viel Restzucker, 4 statt 9 Gramm je Liter, enthalten wie Weine aus anderen Anbaugebieten. Der Boxbeutel ist die typische Flaschenform und wird häufig für höherwertige Frankenweine genommen. Die Silvaner Rebe ist die typischste fränkische Rebsorte und gehört zu den ältesten heute noch kultivierten Reben. Der Silvaner gelangte im 17. Jahrhundert wahrscheinlich aus dem Donauraum nach Deutschland. Er wurde 1659 erstmals nachweislich in Deutschland im Kastell gepflanzt. Wenige Jahre später 1665 pflanzte Alberich Degen, der Abt von Kloster Ebrach, erstmals eine Silvaner Rebe in der Weinlage Würzburger Stein. Müller-Turgau, nach den vermuteten Eltern Reben Riesling und Silvaner auch Rivanna genannt, ist die häufigste Rebsorte in den fränkischen Weinanbaugebieten. Als Bremser oder Sturm wird der Traubenmost bezeichnet, der gerade begonnen hat zu gären und noch süß ist. Wenn er saurer wird und mehr Alkohol enthält, wird er dann wie im Rest von Deutschland federweißer genannt. Der Ausschank ist auf wenige Wochen des Jahres im Herbst beschränkt. Der Rotling ist nicht mit dem Rosé zu verwechseln, die Machart ist grundverschieden. Beim Rotling werden weiße und rote Trauben gemeinsam gekeltert und nicht etwa die Weine gemischt, oder wie beim Rosé der Saft von roten Trauben gekeltert. Eine Besonderheit ist die Rotweinrebsorte Tauber-Schwarz, die als alte einheimische Sorten nur am Tauber- und Vorbachtal, und im angrenzenden Unterfranken, angebaut wird. Die Traube erbringt leichte, fruchtige Rotweine. Als regionaltypische Rebsorte ist sie von Slow Food in die Arche des Geschmacks aufgenommen worden. Bier Mehr zum Thema Bier in Bayern und Brauereien in Franken sowie Bierkeller in Franken. Ein Seidler ist in Franken ein Biergrug oder Bierglas mit einem halben Liter. Der Ausdruck ohne Spundetes Bier kommt vom sogenannten Spundloch beim Bierfass. Dieses Loch an der Oberseite dient bei Holzfässern zum Druckausgleich während der Gärung, wo Kohlensäure und damit ein Überdruck entsteht. Das ungespundete Bier, das vorwiegend in Franken üblich ist, gärt ohne Verschluss dieses Loches und erhält dadurch gegenüber anderen Bieren einen geringeren Kohlensäuregehalt. Kellerbier, auch Zwickelbier oder Zwickel genannt, ist ein ungefiltert naturtrübes Bier, das noch alle Schweb- und Trübstoffe enthält. Es gehört zu den ungespundeten Bieren mit geringem Kohlensäuregehalt, hat eine geringe Haltbarkeit und sollte immer frisch getrunken werden. Viele Brauereien bieten zu bestimmten Jahreszeiten ein Starkbier an, auch Bockbier genannt, das häufig auf Arthur Ende z.B. Markator, Schinner, Bayreuth oder Mobilator, Gottmannsgrüner Brauerei. Meist wird der Bockbieranstich in den Brauereigaststätten gebührend gefeiert. In Pegnitz ist die Starkbierzeit von April bis Anfang Juli. Im wöchentlichen Wechsel wird der Fliehendierer, so wird das Starkbier genannt, in verschiedenen Gaststätten ausschenkt. Kostenlose Bier-App verändert mit Bierkellern und Biergärten in Franken. Für das iPhone gibt es sie im iTunes-Store kostenfrei. Mischgetränke Ein Radler ist eine Mischung aus Bier und Zitronenlimonade. In Brauereien wird man häufig gefragt, ob mit hellem oder dunklem Bier gemischt werden soll. In anderen Gegenden, vor allem Norddeutschland, wird es Alsterwasser genannt. Ein Russe ist eine Mischung aus Weizenbier und Zitronenlimonade. In Oberfranken wird sie Gasmaß, in Mittelfranken Bumba, Bumbas Bumbmaß oder Seidla genannt. Dabei handelt es sich um ein Bier-Mischgetränk aus hellem oder dunklem Bier oder Weißbier, Cola und Kirschlikör oder Kognak. Regionale unterscheiden sich die Rezepte sowie die Aussprache. Gelegentlich wird auch Kirschlikör und Kognak gleichzeitig benutzt. Spiritosen sie auch Brennereien in Franken. Whisky Die Whisky-Dastillerie Blaue Maus in Egolsheim ist Deutschlands älteste Single-Mult-Whisky-Dastillerie. Es werden seit über 30 Jahren Whiskys aus heimischen Malzsorten gebrannt, die bis zur Genussreife sechs bis acht Jahre in Eichenfässern lagern. Röner Whisky von der Brennerei Bischof in Wartmannsroth Fränkische Whisky des Mössleinweinguts in Zeilitzheim Liköre Die bekannten Sechsämter-Tropfen stammen aus dem Sechsämterland mitten im Fichtelgebirge. Die Produktion des Likörs kann in Wunsiedel besichtigt werden. Nähere Einzelheiten zur etwa 90-minütigen Tour unter Sechsämter-Tropfen Für Likör-Freunde empfiehlt sich ein Besuch bei der alten Kurhausbrennerei Hans Hertlein in Wiesenthal-Streitberg in der fränkischen Schweiz, um einen Streitberger Bitter zu probieren. Beim Zwetschgen-Brendi wird ein Brand aus Zwetschgen mit Fruchtsaft gemischt. Das Resultat ist ein milder, fruchtiger Likör, meist um die 30% Volumen Alkohol. Viele fränkische Brennereien bieten ihn an, aber auch Brauereien, wie in Huppendorf oder Steinfeld. Obstbrände in der südlichen fränkischen Schweiz prägen noch sehr viele Streuobstwiesen die Landschaft. Das Obst der alten Bäume wird gemischt und danach gebrannt, es entstehen hervorragende Obstbrände, die in den vielen kleinen Brennereien verkostet und gekauft werden können. Edelbrennerei Haas in Pretzfeld Das Sortiment umfasst mehr als 40 verschiedene Destillate sowie Fruchtweine und Liköre. Die Spezialität sind Wildfruchtbrände. Meerrettich oder Cremecreme ist eine wichtige Zutat in der fränkischen Küche. Besonders wird er beim Cremefleisch geschätzt, wird aber auch frisch gerieben zu groben Bratwürsten gegessen. Meerrettich, Museum in Beiersdorf In Beiersdorf gibt es auch die Fabrikverkäufe der Meerrettichfirmen Koch & Schaml. Jedes Jahr am dritten Sonntag im September findet in der Stadt Beiersdorf der traditionelle Beiersdorfer Crememarkt statt. Bamberge Hörnler Es gibt einen Förderverein Bamberge Hörnler in Franken e.V., der sich speziell um diese Kartoffelsorte kümmert. Spargel Spargel wird in allen fränkischen Bezirken angebaut, mit Schwerpunkt in Unter- und Mittelfranken. Der Spargel wird gerne mit Bratwürsten und Kartoffeln gegessen, aber auch andere Varianten wird man auf den Speisekarten finden. Die Europäische Kommission hat 2013 den fränkischen Spargel in das EU-Qualitätsregister der Produkte mit geschützter geografischer Angabe, GGA, aufgenommen. Spargel-Erzeugerverband Franken e.V. Mehr Informationen zum Thema Spargel und Landkarten mit den fränkischen Spargelbauern Wenn es geht, sollte man Spargel frisch beim Erzeuger kaufen. Durch langen Transport wird er nicht besser. Wenn die Schnitten dann nicht ausgetrocknet sind und die Spargelstangen quietschen, wenn man sie aneinander reibt, dann ist er frisch. Bei manchen Spargelbauern kann man sich die Stangen gleich schälen lassen. Der weiße Bleichspargel ist nur unter der Erde gewachsen und hat kein Sonnenlicht gesehen. Der grüne Spargel wurde über der Erde geerntet. Die Spargelsaison geht je nach Bodentemperatur von Mitte April bis zum Johannistag am 24. Juni. Danach darf der Spargel wachsen, um Kraft für die Ernte im nächsten Jahr zu sammeln. Heute werden Spargelfelder mit schwarzen Kunststofffolien abgedeckt, um die Aufheizung des Bodens im Frühjahr zu beschleunigen, damit man früher die ersten Stangen stechen kann. Hopfensprossen südlich von Nürnberg um die Orte Spalt und Rot wird Hopfen angebaut. Bei den Hopfensprossen, die auch Hopfenspargel genannt werden, handelt sich um die überzähligen Triebe der Hopfenpflanze. Nur drei Triebe lassen die Hopfenbauern an den Drähten hoch ranken, die restlichen Sprossen wurde früher abgebrochen und weggeworfen. Heute werden sie als Saisongemüse in der Küche verwendet. Jedes Jahr, je nach Witterung zwischen Mitte März bis Ende April, gibt es für ungefähr drei Wochen Hopfensprossen auf den Speisekarten weniger Restaurants in der Gegend. Es gibt viele Möglichkeiten, Hopfensprossen in der Küche zu verwenden, als Suppe, als Hopfensprossensalat, mit Schinken im Bierteig, mit fränkischen Bratwürsten, oder sortiert als Beilage zum Fleisch. Verschiedenes Der Landschaftspflegeverband Weidenberg und Umgebung e.V. macht sich für den Erhalt ökologisch wertvoller Streuobstbestände in der Region stark. Um die Streuobstwiesen zu schützen, werden die Äpfel verwertet und folgende Produkte angeboten. Im Nussdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Dittenheim, dreht sich alles um Walnüsse und Produkte, die sich daraus herstellen lassen. Im Dorf werden grüne und reife Nüsse zu regionalen Delikatessen verarbeitet, wie beispielsweise Walnussliköre und süße und sauer eingelegte Walnüsse. Anfang September findet der Nussmarkt statt, mit Walnussbrot, Nussrollbraten, Nussbratwürsten und Nusskuchen. Die Produkte, wie z.B. Walnussöl oder Walnussmus werden über die Genossenschaft Gelbe Bürg in verschiedenen Verkaufsstellen in der Gegend vertrieben. Kulinarischer Kalender Kulinarische Genüsse sind häufig saisonal. Obst und Gemüse sind schmackhafter, wenn sie reif geerntet werden. Auch Fleisch und Fisch unterliegen saisonalen Einflüssen. Zu jeder Jahreszeit werden Feste gefeiert, die den Genuss allgemein zum Thema haben oder bestimmte Nahrungsmittel in den Vordergrund stellen. Es gibt auch Trink- und Essgewohnheiten im Jahreslauf, die aus religiösen Traditionen wie Fastenzeiten entstanden sind. Januar Karpfenzeit in den Gemeinden Weidenberg, Bad Berneck und Kreußen gibt es die Brezenwochen, siehe oben. Januar Karpfenzeit in den Gemeinden Weidenberg, Bad Berneck und Kreußen gibt es die Brezenwochen, siehe oben. Am zweiten Wochenende findet in Ipphofen die Feinschmeckermesse im jährlichen Wechsel mit den Ipphofer Weinfreundschaften, ungerade Jahre, statt. Auf der Feinschmeckermesse gibt es Produktneuheiten und lokale Schmankerl. Bei den Weinfreundschaften geht es rund um das Thema Wein, auch mit Teilnehmern aus anderen Weinanbaugebieten. April Karpfenzeit Im Frankenwald gibt es die Aktion Frühlingserwachen mit dem Frankenwälder Zicklein, eine Reihe Gastronomen lassen eine regionale Tradition wieder aufleben und servieren Ziegenfleisch. Die Spargelsaison beginnt je nach Bodentemperatur Anfang bis Mitte April. Traditionell wird am 23. April der Tag des Bieres gefeiert, denn an diesem Tag im Jahr 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert. Es gibt in vielen Orten Veranstaltungen zum Thema Bier, deutscher Brauerbund. Mai Spargelsaison In Pegnitz findet am Sonntag vor Pfingsten der Bratwurstgipfel statt. Ende Mai wird in Nürnberg das Fränkische Bierfest veranstaltet. 40 privat geführte Brauereien präsentieren über 100 verschiedene Biersorten. Es gibt Live-Musik und ein breites kulinarisches Angebot. Von Mai bis 24. Juni finden im Raum Schweinfurt-Espargelfeste statt. Bauern, Winzer und Gastwirte laden zu Wein- und Spargelveranstaltungen ein. Juni Von Mai bis 24. Juni finden im Raum Schweinfurt-Espargelfeste statt. Bauern, Winzer und Gastwirte laden zu Wein- und Spargelveranstaltungen ein. Die Spargelsaison endet am Johannestag, dem 24. Juni. Juli Das Bio-Fest Bio-Erleben findet Mitte Juli am Nürnberger Hauptmarkt statt. Kirschenfest in Pretzfeld, am 3. Juli Wochenende. August An einem Wochenende Ende August ist in Coburg Klößmarkt. Alles dreht sich um den Coburger Kloß, auch Coburger Rutscher genannt. Es gibt zu den Klößen vielerlei Braten, wie Sauer- und Schweinebraten und Rouladen mit den entsprechenden Soßen. Am 4. August Wochenende werden bei der Zeltkerwe im Eckersdorfer Ortsteil Neustädtlein am Donnerstagmittag hunderte von Portionen Crenfleisch und Klöße vertilgt. An einem Sonntagnachmittag Ende August ist Blechkuchenfest in großen Hühl. September Karpfenzeit Anfang September findet der Nussmarkt in Semenheim, siehe oben, statt. Von Anfang September bis Anfang November veranstalten 20 Wörter die Eischgründer Karpfenschmeckerwochen. Schärfenwochen, im Oktober bieten regelmäßig Gastronomen in der fränkischen Schweiz eine eigene Speisekarte mit mindestens drei Meerrettich, Cren, Hauptgerichten an. Jedes Jahr am 3. Sonntag im September findet in der Stadt Bayersdorf der traditionelle Bayersdorfer Krenmarkt statt. Am 3. Sonntag im September wird das Heglauer Krautfest in Merkendorf, Mittelfranken, gefeiert. Es gibt Krauttobelverführungen, gratis Sauerkrautproben, Krautkopfschätzen und kulinarische Krautspezialitäten wie Krautwickel, Krautsuppe, Krautheiß, Krautkäse, Krautpralinen und Krautkuchen. Bremser oder Sturm wird im Rest von Deutschland federweißer genannt. Der Ausschank ist in Mainfranken auf wenige Wochen im Herbst beschränkt. Oktober Karpfenzeit Bremser oder Sturm wird im Rest von Deutschland federweißer genannt. Der Ausschank ist in Mainfranken auf wenige Wochen im Herbst beschränkt. Von Anfang September bis Anfang November veranstalten 20 wird die Eischgründer Karpfenschmeckerwochen. Am 1. Oktoberwochenende wird das traditionelle Kürbisfest in Altendorf, Landkreis Bamberg, abgehalten. Es werden Kürbisgerichte angeboten, von der Suppen bis zur speziellen Kürbisbratwurst. Der Rhöner Wurstmarkt vor dem Rathaus in Ostheim vor der Rhön ist das kulinarische Highlight der Region mit bis zu 25 000 Besuchern. Der Tag der offenen Brennereien und Brauereien ist jedes Jahr rund um das Weiberla am dritten Sonntag im Oktober. Bockbieranstiche bei vielen der Brauereien im Raum Bamberg Am dritten Sonntag wird in vielen Ortschaften die Allerweltskirchwei gefeiert. Die letzte Woche im Oktober ist Fischerntewoche in Dinkelsbühl. Ende Oktober findet in Nürnberg die Einkaufsmesse Konsumenta statt, die auch spöttisch Fress- und Saufmesse genannt wird. Es werden kulinarische Genüsse von Bodenständig bis zur gehobenen Gastronomie angeboten. November Karpfenzeit Um den Martinstag am 11. November herum werden in vielen Gasthäusern Gansgerichte als traditionelles Martins-Gans-Essen angeboten. Bockbieranstiche bei vielen der Brauereien im Raum Bamberg December Karpfenzeit Bockbieranstiche bei vielen der Brauereien im Raum Bamberg Am ersten Adventwochenende findet von Freitag bis Sonntag, am Maxplatz in Reau der Lebkuchenmarkt statt. Es gibt nicht nur Lebkuchen, sondern auch Lebkuchenlikör, Lebkuchenglühwein, Lebkuchenbratwüste, Schokoladen und Naschereien, wie Stollen, Zimtsterne, Butterplätzchen und Baumkuchen. Museen Kräuter- und Gewürzmuseum Kaulfus in Abzwind Das private Gewürzmuseum ist in einer 450 Jahre alten Scheune, auf 1000 Quadratmetern, auf vier Etagen untergebracht. Meerrettich-Museum in Bayersdorf Alles zum Thema Meerrettich Konditoreimuseum in Kitzingen Die Hinterlassenschaft eines alten Handwerksbetriebes mit umfangreichen Beständen an Holzmodel, Formen aller Art und sonstigem Handwerksgerät, in den historischen ehemaligen Wohnräumen. Außerdem gibt es ein Café im Kaffeehausstil mit 60 Sitzplätzen. Bayerisches Brauerei- und Bäckereimuseum in Kulmbach Auf dem Gelände der Brauerei Mönchshof sind beide Museen untergebracht. Im Brauereimuseum befindet sich auch eine Schaubrauererie. Seit 2015 ergänzt noch ein Gewürzmuseum das Angebot. Rezepte Wer Lust hat, auch einmal zu Hause fränkische Küche zu genießen, der findet die entsprechenden Rezepte im Unter. Viel Spaß beim Nachkochen!